Hallo, ich bin Martin Erben, Geigenbaumeister in München und Direktor vom Erben Music Festival. Heute bei mir ist Clemens Weigel, Cellist am Staatstheater Gärtnerplatz und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik und Theater in München. Wir hatten vier Wochen in der Probung die Flexochor Deluxe von Perastro. Und Clemens, wie war deine Erfahrung in diesen vier Wochen? Wie ist das Resümee von der Seite? Also ich war ja sehr angetan, sofort sehr angetan von der guten Ansprache und von der Charaktervollen Klanglichkeit. Das ist natürlich geblieben, im Gegenteil, das hat sich sogar noch entwickelt. Und dazu gekommen ist auch noch eine wirklich mir freie Hand lassende Gestaltungsmöglichkeit, was die Klangfarben und die Klanglichkeit betrifft. Man kann wirklich alles machen damit. Ich würde gerne ergänzen, dass ich als Zuhörer und auch gerade wenn ich ein bisschen auf Distanz gehe, einen unglaublich schönen Klang habe, in den ich mich einfach reinlegen kann als Zuhörer. Ich weiß nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll. Es fasziniert mich einfach mal wieder so umarmt zu werden von dem Klang. Ja, das ist interessant, weil auch als Spieler hat man ein sehr gutes Gefühl, es sehr gut unter Kontrolle zu haben, sehr gut steuern zu können, was man machen möchte. Und ich glaube, das ist natürlich auch für gerade junge Leute, die auf der Suche nach einer Seite sind, sehr, sehr wichtig, dass die sozusagen große Entwicklungsmöglichkeiten dadurch kriegen, dass die Seite das erwittigt. Somit ist natürlich die Seite, die ja ein bisschen günstiger ist, wahrscheinlich eine tolle Seite für... Ja, also das finde ich eben von der Firma Pirastro ganz großartig, dass die Seite nicht im Hochpreissegment angesiedelt ist, aber eine hohe Qualität gibt. Und wir müssen den Jugendlichen und jungen Studenten, klar, jeder muss aufs Geld schauen, aber sie sollen was kriegen, was sie wirklich auch nach vorne bringt und was ihnen wirklich alle Möglichkeiten gibt. Und ja, also ich muss sagen, gelungene Sache, bravo, vielen Dank. Das ist wirklich ganz toll, was Pirastro da mit der Flexocorz Deluxe auf den Markt gebracht hat. Dankeschön. Danke.